Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Nummer 12667 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Ich komme gerade aus dem kleinen Modegeschäft und bin in etwa 10 Minuten zu Hause. Ich komme gerade aus dem kleinen Modegeschäft und bin in etwa 10 Minuten zu Hause. Ich komme gerade aus dem kleinen Modegeschäft und bin in etwa 10 Minuten zu Hause. Die Planung eines neuen Bauvorhabens ist eine komplexe Aufgabe, die von vielen Faktoren abhängt. Die Planung eines neuen Bauvorhabens ist eine komplexe Aufgabe, die von vielen Faktoren abhängt. Unsere Methode verbindet Spaß und Lernen. Du wirst die deutsche Sprache mit Leichtigkeit beherrschen. Unsere Methode verbindet Spaß und Lernen. Du wirst die deutsche Sprache mit Leichtigkeit beherrschen. Unsere Methode verbindet Spaß und Lernen. Du wirst die deutsche Sprache mit Leichtigkeit beherrschen. In der Neuzeit wurden viele berühmte Werke der Weltliteratur geschrieben, zum Beispiel von Shakespeare, Goethe und Schiller. Ausdauer im Büro bedeutet, jeden Tag mit der gleichen Energie und Motivation anzugehen. Ausdauer im Büro bedeutet, jeden Tag mit der gleichen Energie und Motivation anzugehen. Wie viele Bücher kannst du balancieren? Um unseren Speiseplan zu erweitern, bereiten wir oft Gerichte aus dem Internet zu. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like.